Sehr geehrter Herr Professor Schadendorf, sehr geehrter Herr Professor Breitbart, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich Ihnen heute anlässlich des runden Geburtstags der Nationalen Versorgungskonferenz Hautkrebs ein Grußwort übermitteln zu können. Dieses Jahr beginnen Sie die 10. Versorgungskonferenz Hautkrebs. Herzlichen Glückwunsch dazu! Ich halte es für ausgesprochen passend, dass Ihre Konferenz das Motto des diesjährigen Welttags gegen Krebs, der am 4. Februar 2024 unter dem Motto Versorgungslücken schließen stattfand, aufgegriffen und den Schwerpunkt für diese Veranstaltung mit Hautkrebs am Gesundheitskiosk Gesundheitswesen im Strukturwandel überschrieben hat. Recht ketzerisch könnte ich den Titel auch so auslegen Hautkrebs kann man im Gesundheitskiosk bekommen, Spaß beiseite, ich gehe aber davon aus, dass Sie das zumindest nicht ausschließlich so gemeint haben, sondern vielmehr dem Fragezeichen, die Frage andeuten, was können Patientinnen und Patienten denn nun von den Gesundheitskiosken beim Thema Hautkrebs erwarten? Ihre nationale Versorgungskonferenz und den Weltkrebstag Krebstag eint das Ziel, die Lücken in der Versorgung von Krebsbetroffenen zu schließen, um die Versorgungssituation von Krebspatienten zu verbessern. Bevor ich näher darauf eingehen möchte, möchte ich Ihnen als Patientenbeauftragter der Bundesregierung an dieser Stelle für Ihren wichtigen Einsatz für die Betroffenen danken. Nun zu den Gesundheitskiosken, dem dahinterstehenden Fragezeichen und das, was der Titel Ihrer diesjährigen Konferenz auch noch enthält, Gesundheitswesen im Strukturwandel. Wie Sie und ich ja wissen, unser Gesundheitssystem braucht wirklich ein Update, und zwar in allen Bereichen, dem stationären Sektor, dem ambulanten Sektor und auch in den Bereichen der Prävention, der Kuration und der Nachsorge. Wie die dafür geeigneten Instrumente aussehen, ist strittig und unklar. Eines ist jedoch offensichtlich. Die Anreize, die über die Vergütung medizinischer Leistungen gesetzt werden, sind bei einem Update der Dreh- und Angelpunkt, was ja auch der Ausgangspunkt der Krankenhausstrukturreform war. Bevor ich jetzt in die Untiefen der verschiedenen Vergütungsmodelle gesundheitlicher Leistungen einsteige und deren Anreize und Auswirkungen darlege, möchte ich lieber auf die Gesundheitskioske und das von Ihnen gesetzte Fragezeichen eingehen. Wie wir von den Erhebungen vor der Corona-Pandemie wissen, geht nur jeder Fünfte zur Hautkrebs-Früherkennung. Und was bei Hautkrebs noch entscheidender ist, es ist die Aufgabe des Einzelnen, sich und seine Familie angemessen vor Hautkrebs zu schützen. Rund 40% aller Krebserkrankungen sind durch eine gesunde Lebensweise vermeidbar. Dazu zählen insbesondere nicht Rauchen, weniger Alkohol, ein normales Körpergewicht und viel Bewegung. Und bei Hautkrebs das richtige Verhalten. Das heißt, Gesundheitsförderung und Früherkennung sind die wichtigen Instrumente gegen Hautkrebs. Und hier erhoffe ich mir einiges von den Gesundheitskiosken. Als niederschwelliges Angebot in problematischen Kiezen, Stadtteilen und Regionen können Sie einen Zugang für Menschen zur gesundheitlichen Versorgung sein, die von den bestehenden Angeboten der Gesundheitsförderung und weiterer präventiver Angebote nicht erreicht werden. Der vorliegende Gesetzentwurf des Gesetzes zur Stärkung der Gesundheitsversorgung in der Kommune weist den Gesundheitskiosken diese Aufgabe zu. Mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst in der Kommune und den weiteren gesundheitlichen Angeboten vor Ort sollen die Gesundheitskioske den regionalen Zugang zu gesundheitlichen Leistungen verbessern und auch beim Koordinieren der Inanspruchnahme helfen. Ich selbst hatte die Schlangen vor den Impfombielen gesehen, die das Impfangebot in die Lebenswelt der Menschen gebracht haben. Wir wissen aus der Sozialforschung, aus den Erkenntnissen die seit 1999 bestehenden Bund-Länder-Programms Soziale Stadt, um die Menschen mit dem größten Bedarf zu erreichen, müssen die Angebote regional vor Ort in den Lebenswelten sein, bestenfalls Peer-Gruppen gestützt mit den richtigen Ansprachen. Vielleicht schaffen wir es ja auch endlich besser, unsere größte Problemgruppe Männer aus vulnerablen Bevölkerungsgruppen zu erreichen. Die Bekämpfung von gesundheitlicher Ungleichheit ist und bleibt eine der größten Herausforderungen unseres Gesundheitswesens und der Gesundheitspolitik. Und eines wünsche ich mir noch von den Gesundheitsgiersten. Dass auch die benachteiligten Bevölkerungsgruppen von den vielfältigen Angeboten der Nachsorge profitieren, den Selbsthilfegruppen, den psychosozialen Beratungsstellen, den Kursen der Krankenkassen, den Ernährungsberatungen und so weiter. Die Überlebenschancen und die Lebensqualität krebskranker Menschen in Deutschland haben sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. Krebserkrankungen werden immer mehr zu einer chronischen Erkrankung, die dann aber das Leben und den Alltag der Betroffenen im hohen Maße beeinflusst. Chroniker verbringen nur 1% ihrer Zeit im professionellen Gesundheitswesen. Die restlichen 99% ihrer Zeit verbringen sie mit ihren Erkrankungen oder ihren Erkrankungen im Alltag, im persönlichen Umfeld. Hierfür die geeigneten regionalen Unterstützungsangebote an die Betroffenen heranzutragen. Auch das erwarte oder besser gesagt erhoffe ich von einem Gesundheitskiosk. An dieser Stelle möchte ich Ihnen für das Informationsportal Hautkrebs danken. Das Portal leistet einen wichtigen Beitrag dazu, dass Betroffene die für Sie notwendigen Informationen niederschwellig und zeitnah erhalten, um für Ihre konkrete Lebenssituation die richtigen Entscheidungen treffen zu können und um das für Sie geeignete gesundheitliche Angebot zu finden. Nun noch ein Wort zur UPD als wichtige Anlaufstelle für die Beratung und Information der Patientinnen und Patienten. Als Vorsitzender des Stiftungsrates der am 13. Dezember letzten Jahres gegründeten Stiftung UPD sind wir dabei, das wichtige niederschwellige Informations- und Beratungsangebot für die Patientinnen und Patienten wieder aufzubauen und hoffentlich mit einem ersten Beratungsangebot im April zu starten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, in diesem Sinne danke ich Ihnen, dass Sie wie immer auf Ihrer nationalen Versorgungskonferenz Hautkrebs nach vorne denken, hin zu einer besseren Versorgung und bedanke mich darüber hinaus bei Ihnen allen für Ihren persönlichen Einsatz für die Patientinnen und Patienten. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und informativen zweiten Veranstaltungstag.